Fokus wirft unserem Bundeskanzler vor, dass er Arbeitsverweigerungen betreibt und fragt, woher ist in der Teuerkrise. Ich meine, ja, die Inflation ist seit 40 Jahren nicht mehr so hoch, unsere Lebensmittelpreise sind zum Mond gestiegen, unsere Benzinpreise sind zum Mond gestiegen, aber dass der Kanzler nicht da ist? Nur weil er sich nicht für die deutschen Interessen einsetzt? Ich meine, er kümmert sich doch um alle anderen Länder, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also, er ist doch sehr aktiv und man kann von ihm doch nicht erwarten, dass er sich für das beste Regenbogen in Deutschland aller Zeiten einsetzt, oder? Immer nach Solidarität schreien, aber wenn sich dann jemand anderes mal für andere Länder einsetzt, dann ist es eben auch nicht recht. Leute, wie sollen wir denn sonst Putin schaden? Also bitte, wir haben doch gelernt, wir müssen den Gürtel enger schnallen, also haltet euch doch daran. Und wenn wir schon dabei sind, macht schon mal vorsichtshalber den Termin für die nächste Impfung aus, weil wir wollen ja solidarisch sein. In dem Sinne, pray for Ukraine und haut rein, Leute!